Bio-Erdeproduktion bei Ernst Berger im Pongo. Man sieht bei diesem Unternehmen ganz deutlich, wie aufwendig anständige, gute, fachgerechte Entsorgung sein kann, selbst wenn es dabei um unproblematische Materialien geht, wie Grünschnitt. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt Anna Hettiger. Sie ist stellvertretende Spatenobfrau der Entsorgungswirtschaft in der Salzburger Wirtschaftskammer. Grüß Gott Frau Hettiger, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Frau Hettiger, wir haben es im Beitrag gesehen, es kann aus vermeintlich wertlosen Abfällen ein hochwertiges Produkt entstehen. Dafür gibt es aber noch viele andere Beispiele außer Bio-Erde, stimmt's? Ja, es gibt ein sehr gutes Beispiel. Das sind die Bio-Abfälle, die ja in jedem Haushalt anfallen. Und dazu gibt es in Zell am See eine Biogasanlage. Dort werden die Bio-Abfälle von Bongau, von Pinzgau und vom Lungau gesammelt. Und dort entsteht Biogas. Was passiert mit diesem Gas? Was kann man damit machen? Dieses Biogas erzeugt Wärme und zwar im Dauernspa in Karbrun. Es gibt da sogar eine Direktleitung von dieser Firma in Zell am See bis zum Dauernspa in Karbrun. Und theoretisch wird das ganze Jahr diese Dauernspa in Karbrun mit Wärme versorgt. Das heißt, das ist ja eine richtige Menge und nicht nur so ein Alibi. Das ist eine ordentliche Menge. Wie schaut es denn bei Altholz aus? Da glauben viele Leute, das ist sinnlos. Das landet ohnehin auf der Deponie. Stimmt aber nicht, oder? Nein, das stimmt schon lange nicht mehr. Das Altholz ist am besten, wenn man es schon getrennt sammelt. Wir Entsorger machen das aber auch. Wir entnehmen das Altholz aus dem Sperrmüll. Und es gibt einen Betrieb in Annaberg, der macht aus Altholz wieder Spannplatten. Ist das nicht technisch recht kompliziert? In der Regel ist Altholz ja mit Nägeln, mit Schrauben, mit Beschlägen vermischt. Ist das nicht sehr kompliziert? Naja, mittlerweile bedienen wir uns hochwertiger technischer Ausrüstungen, Maschinen und Anlagen, die das für uns erledigen. Bei Ernstberger ist mir aufgefallen, dass riesige Menge Bauschutt angeliefert werden. Also alter Beton, alte Straßenbelege, alte Häuser. Was kann man denn damit machen? Ja, die Firma Ernstberger hat eine hochwertige Aufbereitung für diesen Bauschutt. Und dieser Bauschutt wird dann, also Teile des Bauschutts werden dann als Schüttmaterial für den Straßenbau wiederverwendet. Das ist unglaublich. Sogar Asche kann man zu irgendwas brauchen. Zu was denn? Ja, diese Asche, also das ist der Abfall aus den Heizkraftwerken. Und diese Asche wird in dem Bergbau für die Hohlraumverfüllung verwendet, wo vorher Gips abgebaut wurde. Ein wichtiger Punkt sind, finde ich, die Elektrogeräte. Jeder von uns hat diese Bilder von den großen Deponien in Westafrika im Kopf, wo dann Kinder unter miserablen Bedingungen irgendwie diese Elektrogeräte zerlegen müssen. Was passiert denn in Salzburg mit den alten Elektrogeräten? Ja, wir haben schon ein sehr gutes Sammelsystem, das in jedem Recyclinghof jeder Bürger seine Elektro-Altgeräte retourbringen kann. Und diese Elektro-Altgeräte landen bei einer Firma in Bürmus und dort wird das sortiert. Und entsprechend, ob das jetzt Kupfer, Eisen oder Aluminium ist, wird wieder Rohstoff daraus gemacht. Super. Kann man halbwegs ausschließen, dass Salzburger Handys irgendwo quer durch Europa transportiert und irgendwie schlecht entsorgt werden oder auf illegalen Deponien landen? Ich denke schon, dass man es ausschließen kann. Alles in allem ist die Salzburger Entsorgungswirtschaft ja auf einem hohen Niveau. Da wurde viel investiert und das ist vergleichsweise richtig gut und wird auch nicht quer durch Europa hin und her transportiert, oder? Nein, wird es nicht mehr, Gott sei Dank. Und ja, wir sollen ja auch Ressourcen schonen und wollen auch, dass wir in unserem Bundesland sehr viel selber bewegen. Also trennen, trennen, trennen ist die Devise für unsere Seher und unsere Mitmenschen. Absolut, das ist ganz wichtig. Anna Hetteger, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die wertvollen Informationen. Und Sie, liebes Publikum, wir werden uns weiterhin mit dem Thema Müll befassen und Entsorgungsbetriebe besuchen und uns vor allem das Berufsbild der Entsorger genauer ansehen. Jetzt kommen wir aber zur Jugend und zum Sport. Untertitelung des ZDF für funk, 2017